Die Promotion ist die Verleihung des akademischen Grades eines Doktors oder einer Doktorin in einem bestimmten Studienfach und in Form einer Primotionsurkunde. Sie gilt als Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit und beruht auf einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit, der Dissertation sowie einer mündlichen Prüfung. Das Promotionsrecht besitzen Universitäten und ihnen gleichgestellte Hochschulen. Personen, die eine Promotion anstreben und deren Absicht und Eignung von einer Primotionsberechtigten Institution bestätigt wurde, werden als Doktoranden, Doktoranden, Primotions- oder Doktoratsstudenten oder Studierende, Promovenden, Dissertanten, innen, Doktorierende oder Englisch als PHD-Student bezeichnet. Statistik Vom Sommersemester 1891 bis zum Wintersemester 1.911 Zwölftel wurden in Preußen 23.217 Personen promoviert, je Studienjahr durchschnittlich 1160, promovierte bei 33.000 Studenten an Hochschulen mit Promotionsrecht. In Deutschland wurden 1999 insgesamt 24.172 Personen promoviert, 2013 waren es 27.711 Personen. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2008 insgesamt 309.364 Hochschulabschlüsse abgelegt. Im Abschlussjahr 2013 wurden in Deutschland 27.711 Promotionsprüfungen abgelegt. Davon wurden 27.707 bestanden und 4 nicht bestanden. Von den bestandenen Prüfungen ist bei 26.755 Prüfungen die Note bekannt. 4.434 erhielten die Note mit Auszeichnung 14.801 die Note sehr gut, 6.501 die Note gut, 953 die Note befriedigend und 66 die Note ausreichend. Überblick Der Doktor ist in den meisten Staaten der höchste akademische Grad. Zweck der Promotion ist es, die Fähigkeit zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Bearbeitung eines thematisch begrenzten Forschungsbereichs zu belegen. Im Mittelpunkt steht die Anfertigung einer Doktorarbeit, welche neue wissenschaftliche Ergebnisse enthält. Die Promotion ist z.B. Voraussetzung dafür, um bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eigenständig Projektanträge stellen zu können. Mit der Promotion gilt die wissenschaftliche Ausbildung grundsätzlich als abgeschlossen. Im Gegensatz zur Promotion weist die Habilitation dann die Fähigkeit nach, das gesamte Fachgebiet auf hohem Niveau in Forschung und Lehre zu vertreten. Eine Sonderrolle nehmen medizinische Promotionen ein. Zum einen kann die Arbeit an der Dissertation schon vor Studienende begonnen werden. Zum anderen sind die Promotionen hinsichtlich Anspruch und Umfang teilweise eher mit Diplomarbeiten in naturwissenschaftlichen Fächern vergleichbar. Aus diesem Grund wird der deutsche Dr. Mett durch den European Research Council nicht ohne weitere Auflagen dem PHD gleichwertig erachtet, sondern wie ein Berufsdoktorat mit einer Masterthesis gleichgestellt. An manchen geisteswissenschaftlichen Fakultäten konnten früher im Haupt- und in den Nebenfächern hervorragende Studenten ohne vorheriges Abschlussexamen ausnahmsweise nach zweifacher Professorenbegutachtung zur Promotion zugelassen werden. Diese sogenannte einzügige Promotion ist nicht mehr möglich. Auch die grundständige Promotion, bei der vom Studienbeginn an nur die Promotion als Abschluss angestrebt wird, ist an den meisten deutschen Universitäten spätestens um 1990 für die große Mehrheit der Fächer abgeschafft worden. Im 19. Jahrhundert war auch die Absenzpromotion besonders in Deutschland nicht selten. Die Promotion ist in Deutschland grundsätzlich eine Voraussetzung für die Habilitation. Je nach Hochschulgesetz der Länder ist eine Promotion in aller Regel erforderlich für die Beschäftigung als Professor oder zunächst als Junior-Professor. In Österreich und bei fachlich korrekter Verwendung des Begriffs auch in Deutschland versteht man unter Promotion die Verleihung des Doktorgrades, nicht die dazu erforderliche Prüfung oder gar das vorhergehende Doktorats- bzw. Promotionsstudium. Das Wort Promotion ist aus dem lateinischen Promotius von Promovere abgeleitet. Zudem hat es sich allgemein eingebürgert, das Wort auch intransitiv in der Form Ich Promovere zu verwenden, womit dann aus der Sicht des Kandidaten seine Ableistung der Prüfung und der dafür erforderlichen besonderen Studienleistungen gemeint ist. Im Mittelalter erforderte das Promotionsverfahren die Leistung verschiedener Eide, unter anderem einem Eid vor dem Rektor auf die Statuten der Universität sowie ein privates und ein öffentliches Examen. Das Examen Privatum in der Regel eine Kommentierung ausgewählter Prüfungstexte mit Verteidigung der dabei vertretenen Thesen, fand vor dem Gremium der Professoren der Fakultät und zuweilen auch unter Beteiligung von Professoren der Artistenfakultät statt. Bei diesem Privatexamen, das oft auf einem öffentlichen Platz unter freiem Himmel abgehalten wurde, war die Öffentlichkeit zugelassen. Sie besaß aber kein Fragerecht. Nach Abschluss des Privatexamens stimmte das Gremium darüber ab, ob der Kandidat würdig sei, den akademischen Grad eines Lizenziertus zu führen. Der Erwerb des Dr. Grades war jedoch an die Absolvierung des Examen Publikum gebunden einer Antrittsvorlesung mit anschließender Disputation, bei der der Kandidat seine Thesen auch gegen Einwände der Öffentlichkeit zu verteidigen hatte, und bei der jeder anwesende Student Frage berechtigt war. Erst nach Absolvierung des öffentlichen Examens erfolgte die feierliche Inauguration und Verleihung der Insignien, zu denen ein Buch, ein goldener Ring und der Dr. Hut in Gestalt eines Barretts gehörte. Das mittelalterliche Verfahren blieb mit vielen Varianten und Modifikationen auch in der frühen Neuzeit gültig. Zu den wichtigsten Neuerungen gehörte dabei die allmähliche Einführung der schriftlichen Inaugural-Dissertation, die aus der schriftlichen Formulierung und Publizierung von Thesen zum Zweck der Einladung zum öffentlichen Examen entstand und sich zu einem obligatorischen Prüfungssteil entwickelte.